Grundsätzlich erwarten Mitarbeiter im digitalen Zeitalter, dass der Manager das Unternehmen ihre Lebenszeit optimiert und ihnen deshalb eine möglichst hohe Zeitsouveränität gibt, möglichst stark individuell auf sie eingeht und auch von den eigenen Interessen abstrahieren kann, zugunsten der Interessen des Mitarbeiters. Das ist das wahre Bottleneck am Markt. Unternehmen stehen an dem Punkt, wo sie erkannt haben, dass sie einen Modernisierungsdruck haben, aber sie wissen momentan nicht, wie sie von A nach B kommen und das gilt für 90 Prozent der Unternehmen. Das heißt, der Handlungsbedarf ist erkannt, unklar ist, wie umgesetzt werden soll. Grundsätzlich müssen wir aus meiner Sicht weg von dem Konzept der Regulierung hin zum Konzept der Befähigung. Zudem würde auch eine Ergebnisorientierung statt einer Prozessorientierung helfen, dem Mitarbeiter im Unternehmen auch eigenverantwortliches Handeln, selbstbestimmtes Handeln zu ermöglichen. Zu meiner Sicht muss Bildung ein zentrales Thema werden, das bei der Bundesregierung liegt.